Wir kommen zu der Pound-Klasse 2 für 52 Euro, die Startung der 26 Euro aus Bussendorf, und wir sind mit der Sender von St. Pound. Applaus 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 Aus Spanien, Dänemark, Polen, Tschüsslowakei, USA, Ungarn, aus der Türkei. Und nun dort aus Frankreich zu uns, Christine Kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 Körbe, 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 Körbe Applaus 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 Welter Ort heißt die Stadt Nummer 32? Sie geht gerne auf den Flomach und sammelt viel an Sachen. Die Stadt Nummer 32? 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 Die Stadt Nummer 33? Die Stadt Nummer 32? beschreiben. Sie können nur den Stoffteil aussehen. Bitte den Vornehmen aussehen. Pflichtmose Nummer eins. Wir wollen aussehen. Jawohl! Pflichtmose Nummer zwei, bitte. Pflichtmose Nummer drei. Drücken, ausführen. Pflichtmose Nummer drei, bitte. Pflichtmose Nummer drei, bitte. Pflichtmose Nummer drei, bitte. Pflichtmose Nummer drei, bitte. Auf der Tüne, Und wir gehen geradeaus zur Pflichtkursie und Freieskursie. Und wir gehen geradeaus. Und wir gehen geradeaus. Und wir müssen weiterfahren in unserem Programm. Ich darf die Damen und Herren und bedanke mich noch einmal recht herzlichen Dank. Ich darf die Damen und Herren, der Vizeweltmeister der New York, Werner Vizenmayer, hat sich bereit für ein Einzelplossing, bevor er mit Anja Lange zum Tag kommt.